Ich habe eine unwahrscheinlich große Empathie bekommen aus ganz Deutschland von ganz vielen Menschen, die ich vorher nicht kannte, aber die dankbar waren, dass ich als Patient sozusagen ein Thema in die Öffentlichkeit gerückt habe, für die sie selber keine Möglichkeit hatten. Es gab ihnen auch einfach menschlichen Zuspruch, Gebete, Andachten, Kerzen, die Leute für mich angezündet haben und diese Empathie hat mir echt geholfen durch die schwere Therapie zu kommen und da bin ich echt dankbar und es hat auch meinen Blick verändert, weil ich wirklich gespürt habe, wenn so viele Menschen mich begleiten, dann ist das, was man macht, doch mit einem Sinn verbunden und deswegen bin ich dankbar, dass ich heute hier stehen kann. Wir haben ja die Abschlussuntersuchung vor ein paar Wochen gehabt und die Ärzte sind total zufrieden. Und ich als Patient sowieso auch, dass alles geheilt ist und ich fit bin und so freue ich mich auf den Wahlkampf, aber ehrlich, es ist so, wie es ist. Meinen größten Sieg habe ich dieses Jahr schon eingefahren und das, ich habe mein Leben zurück und das ist das Wichtigste. Na, unser Hauptgegner ist Rot-Rot-Grün, aber natürlich beobachten wir, dass die AfD vor allen Dingen in Thüringen sich auch radikalisiert mit dem Flügel von Höcke und diese Radikalisierung hoffe ich führt auch dazu, dass wir die Chance haben Brücken zu bauen zur AfD-Wählerschaft und Leute, die meinten mit der roten Karte könnten sie was bewegen, sehen, dass das keine Alternative ist. Und diese Menschen zurückzuholen und für die Demokratie in der Mitte zu begeistern, das ist die große Aufgabe in dem Wahlkampf. Aber wir wollen Rot-Rot-Grün ablösen, deswegen sind die Hauptgegner, aber klare Abgrenzung nach rechts ist genauso wichtig wie die Abgrenzung nach links. Na, alle Umfragen zeigen ja die ganze Wahlperiode, Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit. Die CDU ist stärkste Kraft. Unser Ziel ist tatsächlich die Alternative zu Rot-Rot-Grün eine bürgerliche Mitte zu bilden. Das muss der Wähler entscheiden. Wir führen jedenfalls keinen Koalitionswahlkampf, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass nicht Wähler denken, sie helfen uns, weil sie noch eine andere Partei wählen und damit Koalitionsoptionen zu favorisieren. Und deswegen werben wir für uns und für eine Idee für Thüringen, wollen ein Wahlprogramm aufsetzen mit der Idee Made in Thüringen 2030, weiter als eine Wahlperiode schauen und auch einen Blick nehmen, was kann man im nächsten Jahrzehnt für das Land bewegen, mit welchen Rahmenbedingungen, mit den Menschen zusammen und nicht über ihre Köpfe hinweg Politik machen. Und wenn das gelingt, bin ich überzeugt, sind wir auch erfolgreich bei der Landtagswahl und dann gucken wir, welche Koalitionsoptionen möglich ist. bis末unter sind die